Oh Mann, jetzt schnell, bevor ich meinen Aufzug verpasse und zum Glück und... Vitamine? Du musst wissen, bevor wir den betreten, das ist der lustigste, verrückteste, gruseligste Aufzug aller Welt! Ach, Vitamine, ich will einfach nur in die obere Etage gehen, das ist doch ein ganz normaler Aufzug hier! Mhm, ich würde es nicht an deiner Stelle machen. Okay, Vitamine, ich würde sagen, komm, let's go, tschüss! Nein, stehen geblieben! Das stimmt eh nicht, von wegen irgendein komischer Aufzug. Heute fahre Vitamine und ich mal mit dem Roblox-Aufzug und ich hoffe, wir werden es nicht bereuen. Das hoffe ich ehrlich gesagt auch nicht und... Hallo? Oh, wir sind bei der ersten Etage angekommen und... Ähm, warte mal, hier ist einfach ein Fernsehen oder sowas. Warte mal, was ist denn das da am Fernsehen? Äh, das ist irgendwie so ein Horrorfilm oder sowas, Vitamine. Das ist doch was. Äh, nein, aber ich hab ein bisschen Angst. Uh-oh, was passiert jetzt? Hallo? Oh mein Gott, sie ist auch so... Ich bin geworfen! Nein, 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 nein. Oh, ich hab's überlebt! Alter, was war das denn? Und wer ist bitte der große Käse? Ich weiß, entschuldige sie, äh, er hat kein Gesicht einfach. Und wie ist das hier? Eine Clownsnase. Iu, iu, iu. Yeah, wir drücken die Nase. Alter, die ist bestimmt nicht gut zu sprechen darauf. Aber let's go, wir sind... Oh, ein Pokeduell! Los, Krabbe! Gegen wen kämpfst du? Okay, ich bin für die... Was? Du kämpfst nicht da wieder? Oh mein Gott, okay, Flammen, wir fahren! Oh, Vitamine! Vitamine ist ein Pokémon! Ich habe... Ey, man kann sogar die Attacken aus... Oh mein Gott, Vitamine, du schaffst es! Du schaffst es! Du musst es schaffen! Ich nehm die Feldfrutsche! Oh mein Gott, sehr stark, du hast ihn gut schaden gemacht. Los, Vitamine! Aber was passiert? Ja! Ja, du hast gewonnen, wie gut! Super! Guck mal, ich kann reimen! Warte, ja! Was ist denn das? Okay, nächste Etage und... Wow! Wo sind wir jetzt eigentlich kommen? Was? Da ist deine Katze, die Tannen! Äh! Was ist das für ein verrückter Aufzug, Vitamine, huh? Warte mal! Warte mal, es sind ganz viele Katzen! Wir sind im Katzenland! Jo, alle Katzen tanzen, Vitamine! Hier... Hier fühlst du dich wohl, ne? Wow! Ja, ich mag Katzen! Äh! Was passiert hier, frage ich mich? Was, was war das? So sehen auch meine Träume aus, weißt du das? Was? Ja! Katzenträume? Ja, das ist auf jeden Fall sehr verrückt! Okay, aber was denkst du, wo es jetzt als nächstes hingeht? Boah, ich bin super gespannt, muss ich sagen! Wir haben so viele verrückte Etagen! Wir werden lustige Etagen, verrückte Etagen, aber auch super gruselige Etagen treffen! Ich mag keine gruseligen Etagen! Oh, das ist die Spoiler-Folge, kennst du die? Ja! Oh mein Gott! Wir müssen einsteigen! Alle mal einsteigen! Oh, ähm, das war mein Schwab! Hallo! Krieg ich ein Autogramm von dir? Hallo! Oh mein Gott, was ist das hier für ein Gebäude? Das ist ein bisschen gruselig gerade hier! Äh, ach, das ist doch nicht gruselig, Vitamine hier! Oh mein Gott! Äh, ich geh mal auf Klo, ja? Das ist nur für Schwammköpfe hier, das Klo! Naja, ab jetzt in den Aufzug! Ja, aber es war ganz cool! Und schau mal, wir verdienen so eine Tokens! Ich geh mal nicht... Oh! Spinat! Äh, Vitamine? Hast du gerade gelacht? Nein! Hä? Warum sollte ich lachen? Nächste Tasse! Alle mal aussteigen aus dem Fahrstuhl! Schau mal, die campen! Wie süß! Oh, guck mal! Das ist mein Opa, der besucht meine... Oh mein Gott! Was war das, Vitamine? Äh, ich wusste nicht, dass mein Opa so drauf ist! Oh, nein! Er kommt zu uns, er kommt zu uns! Nein! Stopp! Wow! Alter! Wie knapp war das denn? Alter! Können wir den Fahrstuhl schnell zumachen? Ja, schließ die Tür! Wir drücken den Knopf! Bimo, 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 Bimo! Schnell! Okay, ich hab uns gerettet wieder, Vitamine! Kein Problem! Ich hab uns gerettet! Okay, wie viele Münzen hast du unten links? Ja, ich hab 15 Münzen! Alter, du kannst dir da was kaufen! Du kannst dir eine Banane kaufen! Oh, wir können uns hier... Oh mein Gott! Cookies kaufen oder ich hol... Süßigkeiten kaufe ich mir, okay? Du kannst doch auf die zweite Seite dir ein Blatt kaufen! Jo, ein Blatt! Blutegel! Was will ich damit? Ich weiß nicht! Dummen Saft! Es gibt einfach dummen Saft, wow! Ich bleib bei meiner leckeren Schokolade hier! Oh, guck mal! Oh mein Gott, Vitamine! Sollen wir jetzt durch oder sollen wir im Aufzug lieber bleiben? Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, ein Labyrinth! Wer geht links und wer geht rechts? Ich gehe rechts! Ich gehe links! Oh mein Gott, okay! Ja, treffen wir uns gleich wieder? Ich weiß nicht! Oh, bei mir sind irgendwelche Regale! Bei mir ist irgendwas! Okay, bei mir ist ehrlich gesagt nicht! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken! Ich treffe mich auch richtig erschrocken! Was hast du gefunden? Ich weiß nicht! Ich höre nur Sounds! Bei mir sind Regale! Ja, bei mir auch! Gibt es schon mal Ausgang, oder? Gibt es ein Bett? Ah, hier ist Slenderman! Was? Bei mir war der! Ja, ich glaub dir nicht, Vitamine! Ja, was, Slenderman? 100%! Ja, oh mein Gott, das! Okay, ich glaub dir, Vitamine! Oh mein Gott! Schnell, 5 Sekunden noch! Mach die Tür zu! Er kommt immer näher! Wow! Tschüss, Slenderman! War nett! Sie kennen gelernt, Sir! Alter, Vitamine! Ich glaube, ich will raus aus dem Aufzug! Was ist das? Warum hat er so einen dicken Kopf, Mann? Ja, das ist eine gute Frage, muss ich sagen! Fies ist seine Katze! Wieso hat er Katzengesicht? Was ist das für ein Skinny? Es wird immer verrückt, was mit den Armen passiert! Ich weiß auch nicht! Der hat nur die Arme trainiert, weißt du, im Fitnessstudio! Ja, ja, stimmt! Oh! Was ist das? Ist das ein Hobby? Ja, komm, wir setzen uns zusammen rein! Oh mein Gott! Geht das? Nein, stopp! Ei! Ei! Okay, okay! Ich setz mich hin! Let's go wieder, wieder ab in die Toilette! Äh! Ich hoffe, ich hab gespült vorhin, aber ich glaube nicht! Was ist das? Oh mein Gott, schaffen wir es? Schaffen wir es? Oh nein! Oh nein! Boom! Volltreffer! Ich glaube, ich hab wirklich nicht gespült, ne? Nee, die, 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 die! Ah, Junge! Ich bin... Warte mal, wie seh ich aus? Warte mal, wow, ab geht es und... Äh... Äh, Vitamine? Ich hab dir gerade noch gesagt, ich hab nicht gespült! Was ist das? Wieso sehen wir aus wie Poop und Juggi? Oh nein! Oh nein! Ist das ekelhaft? Ah, ich rutsche aus! Wir sind runter! Oh mein Gott! Ich muss wieder sauber werden! Wir müssen uns wieder sauber machen, ey! Nein! Ich glaube, wir sehen jetzt alles aus! Oh mein Gott! Freunde, seid froh, dass ihr das nicht riechen könnt! Der ganze Aufzug ist am Stinken! Warte mal, darauf mache ich erstmal einen Sitz! Junge, das sieht aus, als würdest du gerade pupen! Achso, ich dachte, wir sind... Oh Junge, der hat noch zu mal sein Kopf! Sein Schädel ist noch dicker geworden! Wie riesig! Der besteht nur noch mittlerweile aus, ein Kopf, der ganze Körper! Ja, der hat einfach keinen Körper mehr! Oh, was ist das hier? Ah, hier spielen jetzt bestimmt drei gegeneinander! Es wird ausgewählt! Ich will spielen! Ich will mitmachen bei der Quizshow! Wir sind in Jojos Tanzschule oder in Tanzgameshow! Oh mein Gott, okay, tanzen kann ich doch nicht, muss ich sagen! Doch! Ich mach mit! Du musst die Farben nachtanzen gleich! Okay, okay! Freunde, let's go! Vitamine, feuer mich an! Los geht's! Tritt auf die Farbe, die auf deinem Panel erscheint! Okay, okay, easy! Mehr Farben werden auftauchen! Ja, okay, okay! Grün! 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 Ich kann nicht gehen! Jürgen, das geht gleich jetzt los! Jetzt! Okay, grün! Rot! Rot! Blau! Rot! Oh mein Gott, Stress! Du musst dich beeilen! Ach, die leuchten ja sogar hier, ne? Ich dachte, man muss nach vorne gucken! Du darfst dich echt schnell beeilen, du darfst aber nicht das Falsche nehmen, sonst kriegst du Minuspunkte! Ach so! Ja! Das weiß ich ja nicht! Ja, jetzt weißt du's halt! Und, oh mein Gott, du bist richtig gut gerade! Dankeschön, Dankeschön! Let's go! Du bist einfach Platz 1 gewesen! Jawohl! Gute Bewegung, schönes Tanzen! Aber der Gewinner ist... Komm schon, komm schon, komm schon! Ja! Zedix Roblox! Minus nur 20 Punkte? Zedix Roblox hat das Tanz gewonnen! Bravo! Dankeschön, Hund! Hast du jetzt dafür was bekommen? Das gleiche wollte ich auch fragen! Was habe ich jetzt bekommen, Mann? Ich habe ein Stück Schokolade oder sowas! Äh, Kartoffelschütten? Was ist das jetzt hier? Yo, Shake, Shake, Shake! Was ist das hier? Äh, die redet mit dir! Warte mal! Ne, wahrscheinlich nicht! Oh, das ist eine magische Miesmuschel! Stinkt, Vitamine! Und? Nach meinen Berechnungen, ja, 100%! Ha! Und... Money! Okay, was geht denn eigentlich hier ab? Hallo, ich nehme ja schon die Hände hoch! Was? Die Polizei sucht nach dir! Bekennst du dich? Nein! Oh mein Gott, die sucht nach dir, ne? Nein, ich habe Nein gedrückt! Möchtest du die Person rausquetschen? Ja! Ja! Ich habe Angst vor dieser Person! Ha! Oh mein Gott! Was passiert jetzt? Wenn alle für dich wohnen, dann wirst du rausgeschnappt! Nein! Oh mein Gott! Leute, ich... Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Tschüss, Vitamine! Bye, bye! Ich glaube, ich werde mitgenommen! Oh oh! Warte mal, Leute! Ihr fahrt doch jetzt bitte nicht ohne mich, oder? Warte mal, Leute! Ihr fahrt doch bitte jetzt nicht ohne mich! Was ist das? Hey, Moin, wie ihr da? Moin, Moin! Ist Zedix-Romox der... Solltet ihr das Video liken und den Kanal abonnieren, Freunde? Was sagt unsere Miesmuschel? Und... Offensichtlich! Gut! Nice! Ist Zedix der beste YouTuber? Okay, komm schon! Und... Kann ich weder bestätigen noch leugnen? Okay! Okay! Hey! Ich bin... Wer ist das hier? Oh mein Gott, pass auf! Pass auf! Ew! 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 Oh mein Gott, Vitamine! Du wurdest voll geüht! Warte mal, komm! Lass mal ein bisschen kuscheln! Nein, nein! Hau ab! Hau ab! Und wie er da steht! Er so... Ach, jetzt fühle ich mich besser! Okay, warte mal, guck mal! Ich kaufe mir jetzt was! Ich kaufe mir ein Blatt! Mal gucken! Äh! Äh! Was? Was ist denn dir? Oh mein Gott! Was? Wie siehst du? Jetzt siehst du wirklich aus wie eine Boles-Vitamine! Weißt du das? Ich bin eine Giraffe! Was hast du gemacht? Ja! Darauf muss ich mich erstmal hier ein bisschen hinsetzen, muss ich sagen! Jo, ich setze mich auch hin! Hä? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Können wir raus aus dem Aufzug? Oh, Sonnenschein! Ich liebe die Sonne! Ja, das stimmt! Endlich mal eine gute Etage! Hä? Wo ist die Sonne hin? Oh mein Gott! Äh! Ich glaube, es war nur eine Falle! Es war nur eine Falle! Guck mal da unten! Oh mein Gott! Alles fällt runter und wird zerstört! Oh oh! Das war jetzt... Junge! Noch mehr! Äh! Warte mal! Was ist hier hinten los? Warte mal! Wackelt der Aufzug und... Oh! Äh! Der Aufzug ist kaputt, ne? Ja! Warte mal raus! Oh oh! Okay! Alles super! Äh! Alles ist wieder... Wie repariert, muss ich sagen! Etage... Alter! Ich glaube, der Fahrzeug... Nein! Wir sind stecken geblieben! Oh nein! Wir müssen die Feuerwehr rufen! Das ist nicht so gut, Vitamine! Das ist das Ganze gar nicht gut! Oh oh! Oh nein! Oh mein Gott! Was ist passiert? Junge, wir sind einfach ins Nichts gefallen! Oh mein Gott! Äh... Junge, ist es irgendwie... Oh mein Gott! Junge, wir können die umgeheten! Die Kühe! Jo! Yeah! Guck mal, was ich mir gekauft habe! Alter, was denn? Junge, was ist mit dir? Was ist das? Wie siehst du aus, ey? Oh mein Gott, okay, es sieht zwar nicht besser aus, aber was ist das? Kann man irgendwie helfen? Hallo, ich kann nicht mehr laufen, Junge, ich bin nur noch... Oh nein, ich bin nur noch so ein Strichmännchen, der hier so... Was hast du getan? Ich habe so einen dummen Trank getrunken. Oh mein Gott, ey, okay, Freunde. Wir kaufen uns auf jeden Fall ein paar lustige Animationen auf jeden Fall hier. Die wir mal gleich austenzen, würde ich sagen. Hallo, Hilfe. Schau mal, Vitamine, ich habe jetzt einen Ball. Oh, was? Ich will hier nichts sagen, guck mal, ich... Ach man. Es wird immer schlimmer bei dir, Vitamine, aber wir sind jetzt alle richtig dick einfach hier. Schau dir das mal. Ich kann nichts machen, wirklich gar nichts. Ich weiß auch nicht, was du da getan hast, ey. Wow, hast du gesehen? Junge. Ich kann Frontflip machen, oder? Ich kann Backflip machen. Alter, wie geil. Oder ich kann... Wow, schau dir das mal, Vitamine. Warte, warte. Ich kann mich einfrieren. Aber ich kann gar nichts mehr machen. Junge, ich bin einfach gefangen, ne? Ich weiß nicht. Oh mein Gott, was ist das hier? Oh, oh mein Gott. Wo ist mein Kopf? Aber ich erschrecke, das ist nur ein Trick. Ne, hier. Ah, wo ist dein Kopf? Wow. Das war nur ein Trick. Alles gut, Mann. Ich kann nichts machen, ne? Ich kann mich nicht zurückverwandeln. Ich falle mal runter. Hallo? Oh nein, pass auf. Der Tonade kommt und... Oh mein Gott, du wirst bestimmt direkt weggewählt. Wieso ist hier ein Hai einfach? Oh. Nein. Nein. Ich war von einem Hai aufgefressen. Nein. Nein. Junge. Aber warte mal. Wir sind immer noch im Aufzug gefangen, Vitamine. Ich glaube... Wow. Was ist denn mit dir los? Na, woran ankennst du, dass ich Spinat gegessen hab? Okay, du hast ja richtige Muckis bekommen. Richtige Saftpäckchen hast du da. Ich nenne man auch Popeye. Popeye, okay. Guck mal, ich kann hier sogar so machen. Yo, siehst du das? Boah, schau dir mal meine Muckis an. Boom. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich denke mal drüber nach. Wer hat krassere Muckis? Wow. Du kannst es auch machen. Und yo. Ich mach Liegestütze. 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 Okay, ich schaff keine. Ich schaff doch keine, Mann. Nächste Etage. Der Aufzug hält an. Alle mal aussteigen. In... Oh, wo sind wir jetzt hier angekommen? Gefahrstenzone steht da. Oh oh. Ich glaube, wir sollten hier nicht raus, oder? Aus der Etage. Ich glaube, das könnte ein bisschen... Was? Alter. Das sieht aus wie Jurassic Park. Oh, mit den Dinosauriern. Oh my God. Ich pass auf. Ich pass auf. Das warst du, Vitamino. Yo, jetzt auch da mag ich ein Mies-Muschel. Aber ich schaff, wie cool ist das denn? Oh. Oh my God. Es war wirklich Jurassic Park. Du hast es recht gehabt. Nein, schließ die Türen. Schließ die Türen. Schnell. Puh. Was machen wir jetzt mit unserem Kumpel, der weg ist? Ähm, naja. Egal. Ich mochte den. Ich muss nicht sagen. Ähm. Ja, stimmt. Wollen wir mal was sagen, wenn ich die Banane esse? Äh. Oh. Wirst du denn noch irmuskulöser? Ich hab keine Ahnung. Meine Bananen sind auch sehr gesund, muss ich sagen. Ne? Oh nein. Schau mal. Was denn? Du wirst... Warte. Du wirst eine Banane? Welche eine Schokolade? Nein, nein. Ich verwandle mich nach und nach immer mehr zu einer Banane. Warte mal. Was hab ich hier auf dem Kopf? Jürgen, du hast davon eine Hand. Moin. Das macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. Aber, oh mein Gott. Das haben wir uns verdient. Endlich mal eine gute Etage. Ja. Urlaub in Kanala. Du bist... Du bist jetzt eine Banane. Willst du mal aufhören, Bananen zu essen? Oh, Junge. Wie breit ist der denn? Ja, bitte. Jetzt leg dich mal mit ihm an. Wer von euch ist stärker hier? Komm her. Komm her. Ich mach dich fertig, Kollege. Oh. Oh mein Gott. Alter. Hab nichts gesagt, ne? Was? Er fährt jetzt mit uns mit? Was? Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Sandex. High five, Kollege. Oh, ich hab mich mal ein bisschen geupgradet. Ich bin jetzt die lange, große Banane. Okay. Lass mal hier einen Kram-Burger hier kaufen, muss ich sagen. Mal schauen, was hier passiert. Wir haben zu viel Burger essen. Oh, deine Beine. Oh mein Gott. Junge, ich hab meine Beine trainiert, Vitamine. Was? Bett will wir essen. Chicken. Chicken. Ess, 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 ess. Ess, ess, ess. Oh mein Gott, du musst ganz schnell klicken. Ja, ich klicke. Oh mein Gott, wir müssen essen. Ess, 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 ess. Junge. Oh mein Gott, der neben dir ist viel schneller. Was? Der neben dir hat 200. 300. Was? Wie hat er das geschafft? Okay, ich glaube, der hat der Autoklicker. Junge. Oh mein Gott. Okay, okay. Mein Bauch tut weh. Junge, ich hab so viel Chicken gegessen einfach. Chicken, chicken, chicken wing. Chicken wing, chicken wing. Okay, Freunde. Was ist, wenn wir einfach alles kaufen? Was es im Shop gibt jetzt, die Termine? Junge, ich komm erst mal, bis wir ein Hobby machen. Okay, let's go. Oh mein Gott, schnell. Wow. Mit den dicken Beinschen jetzt hier. Ich hab's geschafft. Nee. Oh mein Gott. Let's go. Geht's weiter? Ja, ja, ja. Es geht noch viel weiter. Was? Nein, ich hab's nicht geschafft. Oh, was? Komm, probier nochmal. Schnell, hier noch entlang. Wow, mein Gott. Wie soll ich hier mit dem dicken Beinchen langlaufen? Let's go. Bis hinter mir? Ja, ja. 30 Sekunden, glaube ich, noch, oder? Oh. Nein. Es geht noch weiter, Freunde. 20 Sekunden. Ich hol mir das. Was kommt dann? Ich weiß nicht. Hier sind irgendwelche farbige Platten oder irgendwie sowas. Oh nein. Ich schaff es nicht mehr. Schnell, Freunde. Werden wir es schaffen? Ich hab's geschafft. Ich hab das Ende erreicht. Oh Mann, und was hast du jetzt bekommen? Glückwunsch. Du hast einen Keks gewonnen. Wow. Ich hab mir den grad gekauft im Shop. Wow. Junge, als Hauptmann. Junge, lach nicht. Guck erst mal an, wie du aussiehst, Freunde. Okay. Wir trinken den dummen Saft. Oh. Was ist mit mir? Oh. Du kannst dich nicht mehr bewegen. Oh mein Gott. Okay, doch. Alles gut. Mir geht es super. Ah. Was haben wir denn hier? Ist das... Wo sind wir hier angekommen? Eine Gameshow, beziehungsweise herzlich. Willkommen. Oh. Man kann ein Auto gewinnen. Ja. Was ist 2 plus 2? Oh mein Gott. Bist du der Moderator hier, oder was? Ja. Ey. Warte mal. Hier macht der Party sogar der DJ. Willkommen zur heutigen Live-Show. Meine Kandidaten sind Vitamine und Roblox. und, ähm, ähm, Verox Jumper 05. Junge, wie groß ist dein Kopf? Jetzt bitte. Junge, der hört ja gar nicht mehr auf zu wachsen. Alter. Hä? Der nimmt fast den ganzen Fahrstuhl ein. Junge. Es reicht langsam, Kollege. Der platzt gleich hier noch. Aber das ist übelst cool. Es gibt so viele einfach Etagen, die man entdecken kann. Ähm, das stimmt. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir kaufen uns doch mehr. Ich will noch mehr essen. Oh, ich hab jetzt auch einen dicken Schädel. Oh, durch, durch, was hast du das? Nee, durch den, durch, oh mein Gott. Süßigkeiten und, ähm, hallo? Okay, Halloween-Dance. Hallo? Oh, Vitamine. Ich bin mittlerweile ein Muckimel. Guck mich, Mann. Nee, ich hab meine Muskeln irgendwie ein bisschen verloren. Okay. Ähm, ist Centex stärker als Vitamine? Und? Ja, nein, definitiv. Nein, 100% nein. Ich schmeiß dich in den Müll, du Magistin, diese Muschel. Junge, du siehst doch mein, mein Spitzkopf. Und, warte mal. Seit wann fährt der jetzt hier mit uns mit? Echt mal, wer ist das? Der ist jetzt eingestiegen. Ja, das vom Halloween-Tanzer-Typ. Der, der, der muss, ah nee, der andere ist weg. Der Käse-Mensch. Das war der, der Mucki-Protz, meinst du? Oh, Nachos. Sind das Nachos? Chips? Lecker Chips. Ja, 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 we make a party, mal a party. Ach nee, die sind immer noch hier vorne, die beiden. Ja, na klar. Ah, der ist ein bisschen schüchtern, Vitamine, weißt du? Was ist das hier? Äh, ein Blutegel. Oh mein Gott. Können wir das essen oder was? Können wir da... Oh mein Gott. Vitamine! Nein, ich bin jetzt auch... Ich habe meine ganzen Muckis verloren. Ich auch. Wir sind beide jetzt einfach übelst dünn. Ha, wir haben alle Muckis verloren. Das kann nicht sein, Freunde. Oh, nee. Ich, ich, ich mochte das eigentlich ein bisschen mehr mit Muckis. Ja, ich auch, muss ich sagen. Hättest du mir das nicht ein bisschen früher sagen können, dass man alle Muskeln verliert, wenn man das ist. Oh, Manno. Nächste Etage. Was haben wir... Ah! Was? Nein, 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 nein. Lebst du noch? Ich, ich, ich bin noch drin, ja? Oh mein Gott. Nein, alles wackelt. Der ganze Aufzug schenkt. Oh mein Gott, Freunde, haltet euch alle gut fest hier. Nur nicht rausfallen. Nee, ich falle nicht raus, ich falle nicht raus. Ich, ja, ja, ja. Alles gut? Ich halte mich auch immer noch fest, aber es wird auch ein bisschen schwieriger mit der Zeit, ne? Oh mein Gott, ich dachte, dass ich jetzt überlebe. Ich dachte, wie lange geht das Ganze noch? Nein, ich bin rausgefallen. Nein. Nein, 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 nein. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Wir sind rausgefallen aus dem Aufzug. Äh. Hallo? Ist der Strom aus? Ich weiß nicht. Das sieht so aus, ne? Hallo? Wir sind weggeblieben. Oh mein Gott. Hallo? Oh mein Gott. Ich höre jemanden. Was soll man tun? Irgendjemand redet hier, ne? Ja, ja, ja. Der Aufzug wird bald wieder zurück sein. Bitte bewahrt alle Ruhe. Ich hab Panik. Panik! Oh mein Gott. Was gibt es Schlimmeres als den Aufzug zu stecken? Mit so einer Spaghetti-Nudel, mit so einem Dickschädel und, oh mein Gott, mit ihm hier. Was ist mit ihm hier? Meine Muskeln sind größer als mein Kopf. Äh, warte mal. Ich bin aus der Rückseite rausgeflogen. Ja, aber was? Ja, die Rückseite war kaputt. Let's go, Freunde. Der Strom ist wieder da. Ich will nichts sagen, aber ich bin auf dem Fahrstuhl. Was machst du da oben? Ich weiß nicht. Ich bin auf dem Fahrstuhl. Ich komm nicht rein. Oh mein Gott. Das kann nicht sein. Komm rein, Vitamine. Komm in den Fahrstuhl wieder rein. Ich weiß nicht wie. Ich seh gar nicht. Okay, Freunde. Drei Sekunden. Kommt die nächste Etage. Und ich glaube, danach will ich auch hier raus aus dem Fahrstuhl, Mann. Und let's go. Hä? Die Tür öffnet sich nicht. Na toll. Die Seitentüren, die werden kleiner. Nein, wir werden eingequetscht. Nein, nein. Ey, bloß gut, dass ich noch hier oben bin. Nein, Vitamine. Aber gut, dass ich so dünn bin, muss ich sagen. Ich werde eh nicht zerquetscht, weil ich richtig dünn bin. Jetzt bin ich drin und... Oh, 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 oh. Oh nein, sein Dickschädel. Sein Dickschädel wird zerquetscht. Nein. Ja, ja, und... Oh mein Gott. Wir haben es überlebt. Wir haben es überlebt. Oh mein Gott. Der Dickschädel, der hält das einfach auf. Ja, stimmt. Ey, gute Arbeit, Mann. High Five hier. So, ich... Wieso flackert das Licht jetzt auf einmal? Wieso flackert das Licht? Oh. Wow. Was passiert? Vitamine, was passiert mit dir? Oh mein Gott. Was? Was war das? Ich will hier raus. Hi. Oh mein Gott, Vitamine. Wir sind frei. Wir gehen aus dem Aufzug raus. Let's go. Äh, warte mal. Was ist das da? Äh. Nein. Aua. Diesen Aufzug hätten wir niemals betreten dürfen. Like und abonniere nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.